Ja, willkommen zurück zu Magica. In der letzten Folge haben wir hier vorne einen netten Mann zu seiner Frau gebracht. Die ist dann nämlich runtergefallen und er wollte die wiederholen. Und Fred kann nicht mit Feuer umgehen. Das kann ich wohl. Du kannst nur nicht damit umgehen, wenn du brennst. Oh, das war effektiv. Was war das? Das nennt man Stein. Geh weg. Das war einfach nur ein Stein. Das war nur ein Stein. Oh, sind das hier komisch. Wollschafe. Mäh. Die Mähnen tatsächlich. Hast du das gehört? Ja. Verrückt. Ich möchte hier rein. Das sind ja auch Schafe. Öffne dich für mich. Nee, das Zauberwort lautet Samson veröffnet. Welli, welli, well. Wen haben wir denn hier? Sieht aus wie eine schrille Truppe Leckereien. Direkt vorm Schlösschen. Ja. Oh, das sind Ends. Das wird das Ende sein für euch. Ihr werdet niemals durch dieses Gebüsch kommen. An einem Stück. An einem Stück. So. selber Stück. Ich glaube, ich weiß, was gut ist gegen du. Feuer. Nein, Feuer ist gut gegen Holz. Hast du es gemacht, dass es regnet? Nein, das waren die. Okay, dann mache ich eine Zunichtung. Zack, jetzt regnet es nicht mehr. What the... Oh, das bist du. Entschuldigung. Ich kann einfach wirklich nicht mit Feuer umgehen. Das solltest du auch lassen. Ja, ich mache nur noch einen Flammenstrahl. Der ist gut. Was denn hier los? Lass uns mal erst mal auf diesen neuen Druiden gehen. Ich mache mir erst mal ein Schild. So. Okay, okay, okay. Ich mache noch mal eine Zunichtung. Ja, dann ist mein Schild auch wieder weg, ne? Ja, ich mache eine Zunichtung. So. Ah, du bist tot. Ich belebe mich wieder. Äh. Ah. Ah, ich bin nass. Ich gehe gar nicht. Ich mache ein Schild. Beleb mich. Jetzt habe ich die geheilt. Ah, ich bin noch nass. Was? Ach, beleben braucht Blitz, oder was? Ja, so. Ah, schon wieder nass. Oh. Ich will doch gar keinen Blitz machen. Lauf dir auf gar keinen Fall in die Minen rein. Nein, reicht. Ah, nee. Das wollte ich nicht. So, ich tötte jetzt den Druiden. Ich glaube, du hast ihn getötet. Schön. Was haben wir denn hier? Er lernt Donnerkeil. Was habe ich denn jetzt? Er lernt mir, gefällt mir. Okay, das probieren wir gleich mal aus. Ähm. Was haben wir denn wir haben? Das ist unser. Den habe ich beschworen. Mit Donnerkeil, oder was? Nee. Dieser Ritter sieht aus, als hätte er einen wirklich schlimmen Tag gehabt. Du willst Donnerkeil machen, oder was? Erstmal mache ich mich trocken. Mach mich auch mal trocken. Mach mal dieses. Bist trocken. Gut, dann probieren wir jetzt mal Donnerkeil. Mhm. Oh. Mhm. Macht der auch was hier? Ich glaube, wenn Gegner in der Nähe sind. Oh ja. Hast du das gesehen? Geht das dahin, wo die Maus ist? Kann das sein? Äh. Gucke ich mal. Ich gucke nochmal. Ähm. Oh. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Eins zu einem Millionen. Also. Also. War das da, wo die Maus war? Nein, nein. Die Maus war auf dem Ritter in der Mitte. Okay. Berückt. Moment, Moment. Warum bin ich nicht davon geheilt worden? Ich auch nicht. Komisch. Naja. Wie geht denn dieser Baum? Äh, den habe ich in meinem Stab hier. Warte, warte. Nee. Ach, ich habe den Stab nicht mehr. Ich habe den hier. Ich muss den Stab eben aufsammeln. Das ist wahrscheinlich der hier da. Nee. Genau, der hier. Den Krummstab. Sehr schön. Solltest du behalten. Ich glaube, das kann nützlich sein. Ja, damit kann man Leute gut aufhalten bestimmt. Goblins und andere, andere Kontrollzeugs. Kontrollpunkt, mal gucken. Ich lese kurz mal wieder das Schild. Thunderhead rechts. Thunderhead rechts. Da vorne sind Schafe. Ich möchte zu den Schafen. Ich versuche mal den Blitz gleich, wenn Gegner in der Nähe sind. Nämlich. Oh, ja. Lass mich. Ach, die sind blitzimmun. Deswegen also keine Blitze benutzen. Warum sind die blitzimmun? Ja gut, der Blitz hat keinen Schaden gemacht an denen. Und wenn ich das hier so richtig einschätze. Aber Steine machen gut Schaden. Ah, na, nicht ganz blitzimmun, aber ein bisschen. Gut, hey, geh da weg. Geh da weg. Ja. Sehr gut. Was hat der denn? Das ist nicht mal ein Skillshot. Mann, Mann, Mann. Ich nehme mal die Waffe. Oder willst du die nehmen? Nö, nö, ich behalte hier den hier. Ja, nein, du würdest ja den Stab ersetzen. Das ist das, was auf der mittleren Maustaste liegt. Und was habe ich denn gerade am Stab? Kann auch, du kannst mal Tab drücken, dann siehst du, was dein Stab kann. Ich habe einen epischen Stab. Ich möchte gar keinen epischen Stab. Ich will meinen Stab wiederhaben. Kann der? Was kann der denn? Ach nee, das ist ja eine Waffe. Nee, das ist, ich will meine wiederhaben. Den roten Todesfaser. Ich will meinen Stab wiederhaben. So, warum, warum ruckelt das denn bei mir? Also, bei mir manchmal auch. Ich weiß auch nicht, was das... Ich glaube, wir müssen hier einen Stein unterwerben. Nee. Okay. Ich versuch's nochmal. Nee, es klappt nicht. Die haben mich mit einem... Der hat mich mit einem Schlag getötet. Nee, das war ich. Echt? Ich muss meinen Stab wiederhaben. Dann beschwöre ich ihn. End. Na, komm. So. Okay. Äh, was machen wir denn gegen die? Steine. Steine sind noch gut. Oh. Ja, es war aber knapp. In fact. Da unten. Ich mach jetzt Donner. Nee. Oh, der ist ganz gut. Ach, guck mal hier. Der ist der Schamane. Da war dieser Schamane. Der hatte noch einen Himmelssperr. Guck mal, was der Himmelssperr kann. Ich hab jetzt eh keine Ahnung. Ach, der macht Blitzschaden. Hm. Ich kümmere mich um die unteren. Oh. Die sollten, äh, nichts mit Blitz machen. Nee. Aua. Ich weiß nicht, ist das ein guter End oder ist das ein böser End? Ich glaub, das ist ein böser End. Ich stierf durch meine Pseud. Ah. Der End hier. Dann hab ich den Rücken geschossen. Oh, der Stein ist sogar noch weitergefallen, geflogen. Ja, die Breien ab. So. So, ich glaub, wir haben es geschafft. Ah, das glaub ich auch. Ist hier noch irgendwas? Liegt hier noch irgendwas Tolles? Episches Pferd. Ja, das kam von mir. Nee, ich will meine Pistolen wieder haben. Die ist viel cooler. So geil. Ja, die ist sehr praktisch, ne? Da, guck mal, da oben sind Schafe. Sind das links- oder rechtsdrehende Schafe? Das sind linksdrehende. Ja, stimmt. Ist doch ganz klar. Oh, guck mal, wir haben wieder Leute, mit denen wir sprechen können. Okay, okay, okay. Die sprechen, glaub ich, mit uns. Willkommen in Dunderhead, dem Königlichen Schießpulverlieferanten. Was wollt ihr denn hier? Ne, wo wollt ihr denn hin? Ihr wollt nach Harvey Dür laufen? Das ist unmöglich. Selbst für einen Kombinationsläufer. Wir waren gerade dabei, eine Schiffslieferung hinzuschicken. Wenn ihr möchtet, nehmen wir euch mit. Heiliger Zement! Wir sind wie ihn hilflos ausgeliefert. Herhören schnell, alle rein. In den Schießpulverlagerraum. Hier regelt das, ja. Der Schießpulverlagerraum. Oh, Jotun. Häuptling der Stämme war das, glaub ich. Willst du? Du. Alles Mensch hier soll vor der Macht der Stämme erzittern. Äh. Macht sie fertig. Macht sie fertig, ja. Gut. Ja, komm nur her. Du stehst im Weg. Mega viel Schaden macht das hier. Guck mal. Ich bin dead. Ich bin dead. Der hat in meinen Dings es abgeprallt. Was macht der denn? Ich lieb da immer. Wow, ihr habt sogar sämtliche Häuser vor Schaden bewahrt. Hier, nehmt diesen wertlosen Plunder als Zeichen. Unser Dankbarkeit. Oh, die will ich haben. Die will ich haben. Du hast schon, du hast schon eine Fernkampfwaffe. Außerdem bist du gerade tot. Wir sind so gut wie bereit, wenn ihr es auch seid. Einfach rein in die gute Stube und auf geht's nach Havindir. Havindir. Beleb mich, beleb mich, beleb mich, beleb mich. Sekunde. Will ich haben. Gib her. Gib her. Beleb mich wieder. Gib her, gib her. Gib her. Und du hast doch schon den Phaser. Nein. Ich will das haben. Nein. Gib her. Das kriegst du nicht. Gib her. Aua. Gib das her. Komm, du darfst einmal gucken. Aber nur kurz. Nein. Du trägst das auch so wie Arnie, ne? So aus dem... So auf dem Arm. Einfach. Und weißt du, was noch besser ist? Nee. 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 Hey, warte, lass mal. Nein. Nein. Du, 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 du. Du, 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 du. Was ist das? So. Ähm. Wolltest du das nicht nur kurz mal angucken? Ja, ja. Ich guck das ein bisschen länger an, glaub ich. Äh, wo lauf ich hin? Oh. 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 Du hast das Pferd gesehen. Wir quietschen den Reifen. Oh, Level geschafft. Jetzt schütt das wahrscheinlich wieder ab. Ja, vielleicht, vielleicht. Ich sag schon mal sicherheitshalber Tschüss, bis zum nächsten Mal. Nein, nee, es kommt hier noch Kapitel 4. Meine Schreie hofft. Wie das Dorf Weidithorp gerettet und die Schlange Jomungandir getötet hatten, gelangten die Zauberer an die windige Wildnis der Helondin-Küste. Dort hatten Gerüchte von Blünderbestien die meisten Sieder verscheucht und sämtliche Kinder nach ihren Mamis rufen lassen. Aber dank der nahesten vampirischen Kräfte Platz fühlten sich die Zauberer sicher und verschwendeten keinen Gedanken an Scheitern. Der ist von dem scheiß Schiff geflohen. Oh, guck mal. Oh, nee, es geht weiter. Oh, mein Gott. Ui, ist nicht abgestürzt. Ist das ein Holzpferd? Ja, sicher. Das ist ein Lego-Pferd. Hast du gesehen, wie sich das hin und her bewegt hat? Fire in the hole! So, komm. Wie legt man... Ach nee, du kannst die Waffe jetzt nicht ablegen. Wir müssen also erst eine Waffe finden, bevor du mir mein Gewehr wiedergeben kannst. Aber ich hab sicherheitshalber deinen Phaser mitgenommen. Fire in the hole! Piu! Oh, guck mal, da hat er es unser Pferd. Oh, guck mal, wie ich essen! Oh, mein Gott. Untersuchen. Das muss ich untersuchen. Es ist... Nein, nein, nein. Das ist ein ganz normales Pferd. Feines Pferdchen. Ja, mach hot. Hü! Nein! Das ist umgefallen. Das ist tot. Lass uns das untersuchen. Da wären wir auch wieder schon beim Pferdefleisch. So, ich spreche mal hier so einen Typen an. Ah, da seid ihr ja endlich. Geht einfach durch dieses Tor. Admiral Agne erwartet euch. It's a trap! Admiral Agne. Admiral Agne. Aber nein, stopp, da gehen wir jetzt nicht durch. Warum? Ist hier links? Ist jemand hier links? Nein, nein, pssst. Die Folge ist vorbei. Oh, okay, okay. Es ist schon vorbei. Oh. Und mit einer Salve aus meinem Gewehr verabschiede ich mich. Bis denn und tschüss! Tschüss! Tschüss!